Okay, das neue Update ist da und das Wichtigste natürlich, es gibt eine neue Waffe, das Sturmsperr-Scharfschützengewehr. Also das ist auf jeden Fall keine normale Sniper, man kann mit der irgendwie die Sturmbewegungen hervorsehen. Also ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was die so kann. Das ist hier noch der neue Shop, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr rechts unten im Shop meinen Creator-Code eintragt, arianfn, dann animen. Also ganz wichtig, wir sind kurz vor 400.000 Abonnenten, also ich glaube noch ungefähr 15.000. Also ja, mega krass auf jeden Fall und dann alle, die noch nicht abonniert haben, ihr könnt gerne abonnieren. Bei 400.000 Abonnenten kommt dann auf jeden Fall auch wieder ein Gewinnspiel. Abonniert mich, bitte. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe mal direkt in eine Solorunde und schaue mal, ob ich die neue Sniper finde. Ich versuche einfach mal, mein Glück in Neo Tilted. Ich hoffe mal, ich finde hier die Sniper. Da ist eine blaue Pump. Ja, okay, die wir kommen nicht. Das Ding ist immer, wenn was Neues kommt, ist es am Anfang irgendwie immer mega selten. Aber naja, mal gucken. Okay, mein Loot ist schon mal ganz gut. Pump, ah ja. Ah, hier ist ja einer. So, die Sniper will ich eigentlich nicht, aber gut. So, der ist auch weg. Und der ist auch weg. Komm schon, ich will einfach nur die neue Sniper finden. Der Arme. Der hat auch nur einen Heavy Sniper. Ey, Mann. Ah, da sind noch mehr. Irgendwie war's klar. Das ist auch noch kurz ein Mini. Oh, fuck. Hier ist auch einer. Oh, fuck. Okay. Ich versuche noch mal. Oh. 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 Okay. Ich habe keine Mets mehr. Hey, wie habe ich denn keine Mets mehr? Okay, Bandagen. Ist hier einer? Ne. Uh. Oh. 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 Der hat sie Sturmspeer-Scharfschützengewehr Endlich Alter, endlich 81 Schaden Wart mal Ach so, das ist halbautomatisch Ah, okay Es zeigt, wo die nächste Zone ist Das heißt links vorne Wenn das Teil recht hat Also die Sniper sagt Die Zone ist da vorne Mal schauen, ob sie rechts hat Okay, also hier müsste ich eigentlich in der Zone sein So Ja, hier müsste ich perfekt in der Zone sein Und Alter, das ist ja anders heftig Die Sniper Als ob man einfach mit der hervorsehen kann, wo die Zone ist Warte, schießt sie in der Wand vielleicht kaputt Hmm Take out Take out Was Junge Also das war's auch schon mit dem Video Auch wenn ich die Sniper jetzt nur ganz kurz hatte Aber ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr die Sniper findet Ich find's schon irgendwie zu krass Dass man dann einfach vorhersehen kann, wo die nächste Zone ist Aber naja, bis zum nächsten Mal Ciao 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 igon